Grüß euch vom Infraordhimmel! Heute wieder ein neues Video und heute geht es einmal darum, warum haben wir so wenig Watt und warum sind die Watt nicht ausschlaggebend? Es fällt mir viele Leute auf, Celsius ist sehr klein, Celsius hat sehr wenig Watt und dann regulieren wir die Watt auch noch so weit nach unten. Also irgendwie ist es komisch. Andere Infraordhatzungen sind teilweise so groß wie ein Tierblatt, entweder auf der Wand oder auf der Ecke. Wo war es der Unterschied? Viele Leute haben uns eben diesbezüglich gefragt, ja umso mehr Watt, umso mehr oder umso besser ist ja die Infraordheizung. Das kostet mich nur ein Lacher. Warum? Umso größer eine Infraordheizung ist, umso größer zeigt es eigentlich, dass das heute nur eine reine Abstrahlwärme ist. Meistens ein Blechplatten, eine normale Glasplatten, eine Spiegelplatten. Dahinter ist ein Harztrott, eine Harzfolie, was auch immer. Sehr hohe Oberflächentemperatur und dann wird heute eine große Fläche hergenommen, dann wird viel Watt natürlich ergeben sich dadurch. Und dann hast du heute nichts was anderes als wie eine heiße Oberfläche, die etwas abstrahlt. Das ist ungefähr das gleiche, ihr geht zu einem Ofen zu, weil es brennt heiß, gehst aber ein bisschen weiter weg, ist nichts mehr. Und das ist aber auch bei den Infraordheizungkörper so, dieser Ort, das sind Widerstandshatzungen. Wenn ich jetzt aber hernehme, und diese Fragen haben uns schon viele Leute da draußen gestellt, hast du jetzt zum Beispiel, hättest du irgendwo bei einer Couch so riesige Platten oben, haben mir schon viele gesagt, das ist total unangenehm, das wollen sie nie mehr. Und dann empfehlen wir mir heute die Platten bei uns, heute kannst du ohne Probleme hinter eine E-Punk, hinter eine Couch tun. Das ist sogar super, weil durch den Streikegel von unserem Kristallglas hast du die Reflektion auch wunderbar auf, zum Beispiel auf den Leder oben. Und wenn ich heute auf der Couch liege, ist das total entspannend. Könnt ihr euch viele Videos anschauen, es ist so. Das sind eigentlich die Platten, wo die Leute sich eigentlich fast herumrafen, wo ich heute dort sitze. Nur bei uns macht es keinen Unterschied, ob du Futterplatten bist oder zehn Meter weit weg. Die Wärme wird gleichmäßig sein. Und das ist heute die hohe Reichweite bis zu zwölf Meter Raumtiefe. Weil Celsis ist ein Reflektionsprinzip. Das heißt, ich zeige eine hohe Infrarot-Reichweite. Ich habe einen hohen Streikegel, so wie einen Autoscheinwerfer, könnt ihr euch vorstellen. Und damit habe ich einen hohen Wirkungsgrad und ich habe dann eine Reflektion von den Bauteilen zurück zum Panel. Und das misst unsere Digitalsteuerung. So regulieren wir den achtstufigen Stromverbrauch. Und was machen heute viele da draußen in der einfachen Infrarot-Harz-Körper. Das sind entweder riesengroße Teile mit viel, viel Watt. Wenn einem das ausreicht, dass ich unmittelbar da vorne warm habe und dann zwei Meter daneben nichts mehr gespürst, okay, kann jeder für sich selber entscheiden. Oder wenn ich es auf der Decken habe und dann heißen Kopf habe und eiskalte Füße. Es ist eigentlich dasselbe, ob es auf der Decken hängt oder auf der Wand hängt. Ob Strahlwärme bleibt die Abstrahlwärme. Und das sind eigentlich fachlich Widerstandsreizungen. Das heißt, ich habe heute eine Oberfläche, die sich sehr hoch auf eine hohe Oberflächentemperatur bringt. Meistens weit über 100 Grad. Und dann hast du heute eine sogenannte Abstrahlwärme und die ist oft nicht einmal ein Meter in der Reichweite, wo wir von den Infrarotseiten sehen. Und deswegen ist es dann so, dass viele Leute glauben, ich hänge mir zum Beispiel oben am Tisch einen Platten. Das hat gerade da beim Tisch lokal einen Warmwert. Das funktioniert mit so Platten, gar keine Frage. Aber dann darf der Abstand nicht so hoch sein. Und du darfst dich nicht weit links oder rechts bewegen. Sonst hast du keine gleichmäßige Strahlwärme. Geht nicht. Deswegen sind in so Räumen oft drei, vier, fünf Platten und im Endeffekt oben auf der Ecke und dass du halt eine Gleichmäßigkeit erreichst. Mit Celsius geht die Sonne auf. So wie jetzt im Hintergrund. Ihr kriegt eine gleichmäßige Reflektionswärme im Raum. Es wird kein Unterschied sein, ob heute der Boden erwärmt wird, ob eure Kasteln erwärmt werden, alle Oberflächen erwärmt werden. Durch die hohe Reichweite, durch die Reflektion habe ich ein Resonanzprinzip. Und dadurch kann ich die natürliche Infraotwärme weiterhin erwärmen. Wie wir schon so schön wissen, die Sonne ist unsere beste Infraotheizung der Erde. Leute, die Natur macht uns alles vor. Wir brauchen eigentlich nur lernen. Und das tut Celsius und wir als Generalvertrieb schon so viele Jahre. Also ich bin schon 20 Jahre mit dabei und ich kenne unser Produkt hin und auswendig. Und eines könnt ihr mir glauben. Jeder Mensch, der was jetzt nach dem Winter heute nicht weiß, wie wunderbar und wie herrlich das ist, heute in die Sonne zu gehen und wieder Vitamin D3 zu tanken, wieder heute unsere Hormone wieder in Einklang zu bringen. Es ist halt einfach ein angenehmes Gefühl und jeder Mensch braucht es. Jedes Tier braucht es. Jede Pflanze braucht es. Leute, Infraot ist das Natürlichste auf der Welt. Und eines könnt ihr mir glauben. Es ist ein Unterschied, ob ich heute nur eine Abstrahlwärme erzähle. Weil das hast du heute bei einer Kaffeeschule. Nehmt einen Hasenkaffee, schüttert euch einen Hasenkaffee rein. Der Hasekaffee hat auch 60, 70 Grad. Die Keramik von der Kaffeeschule wird auch ein bisschen Infraot abgeben. Aber damit wird es nichts herzen. Und wenn der Kaffee kalt wird, dann ist keine Infraotwärme mehr. Und das ist ungefähr so der Vergleich. Wenn ich heute bei diesen billigeren Infraotarztkörpern heute die Leistung wegnehme, dann wird es ganz schnell kalt werden, weil ich nur die Luft erwärmt habe. Und wenn ich jetzt aber bei Celsius einmal die Speicherwärme aufgebaut habe, dann passiert es noch ganz genial. Es wird heute einmal zwei, drei Tage brauchen, bis heute eine Wand wieder ausgekühlt ist, bis zum Beispiel unter 18 Grad die Wand einmal runterkühlt. Das ist unangenehm wert. Aber somit habe ich echte Speicherwärme aufgebaut. Somit werden alle Wandflächen, jeder Boden, jedes Möbel, wird mir die nachhaltige Wärme geben, die ich aufgebaut habe. Und das ist heute ein sehr nachhaltiges Heizprinzip. Es ist absolut natürlich und der Hightech dahinter ist, dass wir eben diese hohe Reichweite haben. Die Mästechnik dazu, die automatische achtstufige Stromrelierung von der Digitalsteuerung, die was halt eben einfach auch dafür sorgt, dass ihr günstige Verbräuche habt. Und natürlich die hohe Haltbarkeit, die was heute drei bis viermal so hoch ist, wie bei einer Wärmepumpen, muss man sich einmal auf der Zunge anzeigen lassen. Das heißt einmal Celsius machen, viermal Wärmepumpen machen, Förderung hin oder her. Wenn Sie jetzt einmal über das nachdenken. Und bis demnächst von Infraotimmel schaut es rein auf www.infraotimmel.at, ladet eigentlich unsere App her, die ist kostenlos bei Google Play, beim App Store oder ihr geht unter Google rein, da findet ihr die BWA-App. Einfach herunterladen, das ist die Streaming-App. Also da habt ihr alle drei Möglichkeiten, alles kostenlos. Tut uns liken, tut uns abonnieren und Leute, danke für alles. Bis demnächst. Pfiat euch!